Koppelhagen, Koppelhagen, Koppelhagen So meine Damen und Herren, vorletzte Folge der Serie Das Pack erklärt Kopenhagen, Koppelhagen ist eine Platte, die wir selber aufgenommen haben. Selber haben wir diese aufgenommen. Und haben die rausgebracht von unseren lieben Freunden von Amigo Records, eine sehr, sehr gute Band, die wir sehr zu schätzen würden. Auf jeden Fall. Jetzt heißt es, was soll der Titel, keine Ahnung, kein Problem, das ist jetzt hier Folge 12, Titel 12, insgesamt von 13. Morgen ist also der letzte Tag, an dem diese Serie stattfindet. Und wir müssen jetzt schon sagen, dass es uns leid tut, dass diese Platte nicht irgendwie 260 Songs hat, dass man ein ganzes Jahr senden könnte. Schon schade, ja. Das ist schon schade. Ja, naja, der Song ist keine Ahnung, kein Problem. Und es ist, naja, ich weiß nicht, es ist ein Mittellding zwischen Party-Track und... Und Reggie. Und Reggie, ja, genau. Wobei der Reggie nicht zu verwechseln ist mit dem Party-Track. Ja. Tiki. Abgedreht, abgelullert, weggeguckt, Hose an, kenne ich nicht, ist auch egal, Feierabend, phänomenal. Hose an, schicke Macht, Schminke drauf, abgezappelt, abgelullert. Queen gehört, keine Ahnung, Zauberschaum, oh, ich nehm dich an die Hand. Barfuß bis zum Strand, oh, es tut gut, wegzusehen, hier und jetzt, was ist das schön? Tut das gut, wegzusehen, keine Ahnung, kein Problem. Abgelullert, hingeguckt. Super Text, gefällt mir, gerade in den Strophen. Abgelullert. Spaß, macht einfach noch Spaß. Und irgendwie, wie du die High-Hat aus, dass es sowas Klass ist, also wirklich sehr, sehr geil. Vielen Dank. Leute, wir sind fast am Ende mit unserem Latein hier. Morgen letzte Folge. Morgen letzte Folge. Alle wollen die Folge letzt sehen. Tschüss, Leute. Schnauze, tschüss. Tschüss. Ja.